Am Samstag feierte Mette Marit von Norwegen ein ganz besonderes Jubiläum. Die Kronprinzessin wurde 50 Jahre alt. Mit ungesehenen Fotos bedankte sich die norwegische Kronprinzessin für die vielen Glückwünsche, die sie an diesem Tag erreichen. Vielen Dank für all die netten und herzerwärmenden Grüße zum 50. Geburtstag von Kronprinzessin Mette Marit, titelte das Königshaus ihren aktuellen Social Media Post. Dazu wurden drei noch nie gezeigte Fotos veröffentlicht, die ihr jüngster Sohn Svere Magnus in diesem Sommer von ihr aufnahm. Und sie könnten nicht schöner sein. Der 17-Jährige porträtierte seine Mama in ungewöhnlichen Situationen. Einmal lächelt sie bei einem Konzert glücklich in die Kamera. Im Hintergrund ist ihr Harkon zu sehen. Auf zwei anderen Fotos zeigt sich die Kronprinzessin entspannt im Abendlicht. Mit weißer, legerer Bluse und weiten rosa Hosen wirkt sie feminin und zeitgleich sehr stark. Nach dem Bekanntwerden ihrer schweren Krankheit dürfte es ihren Followern besonders freuen, Mette Marit so losgelöst und glücklich zu sehen.